Bisschen, aber richtig viel hochheilen tut dann das jetzt auch nicht. Na, ich nehme mal vorsichtshäber das Schwert parat, damit der Sardino mich da nicht angreifen kann. Tut der was? Ja. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Stopp! Na. Ja, komm. Ich komm, Mann. So, jetzt guck ich mal gerade, ob man die Blumen hier im Hintergrund vielleicht abbauen kann. Ob das vielleicht auch Plant Fiber gibt. Ne, das ist irgendwas anderes. Red Pittle. Das ist was anderes. Okay. Ne, das sind normale Blumen. Ich denke mal, da können wir nix mit anfangen. Ich guck nochmal, wir hatten noch da vorne auch eben ne Höhle noch gesehen. Da waren doch auch ganz viele von diesen Dianen drin. Weil die geben halt Plant Fiber und dann können wir uns wenigstens ein bisschen bandagieren. Und Holz haben wir hier in der Richtung eh noch nicht gefunden. Und ich geh mal gerade auf der anderen Seite was weiter. Kommst du mit? Und nach rechts? Ja. Weil hier geht's so weit den Berg runter. Ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt direkt da wieder hinkommen. Wenn ich ehrlich bin. Und da ist es mir nicht so sicher. Dann geh ich lieber hier ein Stückchen hier weiter. Da, da sind doch ganz viele Plant Fibers. Macht der was? Die machen nix. Die sind lieb hier, die zwei. Cool. Okay. Dann kann ich mir hier doch... ...die Plant Fibers... ...wegholen. Hier von dieser Dorne. Na komm, brech ab. Das dauert ja Ewigkeiten. Aber die Dinger sind wichtig. Das müssen wir machen. Ich hör die ganze Zeit so ein Blitzen hier. Bist du das? Hm? Weiß ich nicht. Boah, Alter. Hier ist eine Voll... Alter. What the fuck? Ah, okay. Hier sind wir quasi in der Höhle. Äh. Ähm. Wo... Wo drunter schon unsere Sachen sind. Hier unsere... Unsere... Eigene... Äh. Unser eigener Folterkeller. Wir müssen unbedingt Holz finden. Das wird das nächste Projekt sein. Aber ich muss mir auf jeden Fall einfach mal ein paar Bandits besorgen. Ansonsten bin ich gleich, äh, down. Man kriegt auch Hunger, hab ich gesehen. Hast du das auch schon gesehen unten? Ähm, ja. Man hat auch eine Hungerleiste wohl. Und, äh... Da muss man auch drauf achten, dass man... Boah, meine Maus lag jetzt so richtig. Aber so richtig krass. Okay. Bei mir läuft noch alles. Aber jetzt geht's auch wieder. Jetzt bin ich weiter von diesem... Labor da weggehe. Unser Basis. Ja, dann, dann, äh, wie gesagt, lassen wir uns gleich mal auf die... Auf den Streifzug gehen, dass wir, ähm, uns wenigstens mal ein bisschen, äh, hier dieses... Dieses Crafting-Table mal irgendwann mal leisten können. Ich glaub, man kann man... Kann man sich vielleicht ein paar Werkzeuge oder sowas basteln. Weil hier mit diesem Ding hier ist das ja... Pfff... Da bist du ja ewig dran. Wenn du die ganze Welt so auseinanderbauen willst, äh, da... Boah. Da kannst du aber Jahre warten, äh. So, fall runter jetzt. Jawohl. So, hier auch noch die Ranke weg. Hier das kleine Bisschen mitnehmen. Okay, ich glaub, Bäume kann man damit komplett vergessen. Nooo. Hast du einen Baum gefunden? Ja. Okay. Ich bin nach rechts gelaufen. Ja, ich dachte, wir, äh, warten wir noch ganz kurz, bevor ich hier... Bevor einer von uns irgendwie drauf geht. Ich bin jetzt hier auch fertig mit den Plant Fibers. Ich guck mal gerade, ob ich die zu, ähm, Dingens machen kann. Ähm, zu Bandages. Wieviel kann ich mir denn davon machen? Mal so viel wie geht. Ich hab mir 16 Bandages gemacht. Ich denke mal, das sollte für eine Zeit reichen. Dann werde ich mich auch direkt mal einbandagieren und hier mal das ganze unnötige Zeug hier aus dem Inventar rausholen. Tesla. Irgendwas. So. Dann bandagier ich mich gerade mal. Oh, ich glaub, nachts braucht man irgendwie die... Wärme. Weil wir haben nämlich Temperaturanzeige angezeigt. Oh, krass. Stimmt. Geht aber nicht so richtig schnell runter, oder? Geht noch. Ich hör hier schon was. Ich hör hier schon was. Da ist was. Alter. Alter. LoL, OneHit. Boah, der ist richtig stark. Alter. LoL, der hat mich auch gekillt. Geil, schon zweimal gestorben. Ja, muss man auch die schlechten sein. Mal hier von tot und sowas. Huch, was hab ich jetzt gemacht? Jawohl, weil das, wenn man immer wieder, äh... Ach, da sieht man die Unterbuchse. Hä? So. Okay, nachts ist nicht gut Kirschen essen mit den Gegnern. Natürlich ein bisschen gay jetzt, aber hier kann man sich nicht so ein, äh, kann man sich nicht nachts irgendwo so ein, was gibt's denn hier noch im Crafting-Ding? Gehen wir mal durch. Wir haben hier ein Wooden-Crafting-Table, eine Torch haben wir, da brauchen wir Kohle für und, ähm, äh, ganz normales Holz. Wood-Plattform, Wood-Planks, Campfire, Campfire. Was, äh, hier? Amber stands away from the campfire, warming the air. Campfire kann also quasi einen wärmen. Hunting, äh, Bow und Bandage kann man sich machen. Was ich cool finde, dass man sein ganzes, der ganzen Stuff aus dem Inventar behält, oder? Ja, das ist cool. Das ist echt nice. Äh, ich glaube, wir sollten ganz kurz mal in das Haus reingehen, weil mir ist gerade richtig kalt, glaube ich. Und hier... Autsch! Und hier sind auch schon gerade wieder Monster angesagt. Und da kommt so ein Vieh... Oh, ich hab ein Stück Fleisch. Heldenhafte Musik. Die beiden kämpfen sich durch zu ihrer letzten Basis. Die Gegner müssen federn lassen. Oder spucken Feuer. Wird er gegen diese Fledermaus krepieren? Man weiß es nicht genau. Nein! Er wird sie besiegen. Er hat sie besiegt. Was war das denn? Die ist explodiert, oder was? Okay, langsam wird's aber echt kalt. Ist hier drin, äh... Wärmt man sich hier drin automatisch wieder auf? Geht's hier? Doch nicht wärmer irgendwie, oder? Oder doch? Nee. Wir müssen unbedingt ein Campfire machen, weil gerade wird's ganz schön kalt, du. Hm... Ich bin auch noch ein bisschen überfordert. Was ist denn unten? Was kann ich denn hier machen? Send to Trash? Da sind so eine Art Klonkammmern drinne. Pet Slots? Kann man Pets haben? Man kann wohl dann auch Pets haben, ja. Wie gesagt, ich, wir, wir, also das ist es ja, ähm, ich find das ja ganz cool hier in dem Spiel. Ich weiß ja selbst noch gar nichts darüber. Und, äh, genauso wie nicht der Hummer. Das heißt, wir werden am Anfang bestimmt einfach mal erst rausfinden müssen, was hier in der Welt so abgeht. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, wir brauchen unbedingt, also was wir unbedingt brauchen, ist jetzt Holz. Weil wir brauchen das für Campfire, wir brauchen das für Torches. Ich hab 84 Holz. 84 Holz, ja, sag das doch. Kannst du mir die mal, äh, oder willst du dir mal selbst ein Campfire davon machen? Äh, Saver, Crafting, Servat, Campfire, Craft. Ich hab noch Plant Fiber, wenn du brauchst. Ich glaub, man braucht nämlich auch Plant Fiber dafür. Ich hab noch zwei Stück, die wir... Ah, ich muss erstmal Roten Planks draus machen. Hahaha. Hier, achso, nee, jetzt hab ich dir mein Schwert gegeben. Kannst du mir mein Schwert zurückgeben? Äh, äh, Schwert. Schwert. Mit Kuh kannst du das wegwerfen. Mit Kuh? Mit Kuh. Ja, damit hast du jetzt deine Landwehr gegeben. So, Kuh. Dankeschön. Äh, dann, dann probier doch mal ein Campfire zu machen, ansonsten, weil ich hab kein Holz. Du hast aber Holz. Und genau, Wooden Planks. Wooden Planks brauchst du dafür. Nee, Undefined Wood brauchst du dafür. Undefined Wood. Nicht alles jetzt zu Wooden Planks machen. Nee, ich hab nur drei Stück zu Wooden Planks gemacht. Das steht unbefeind, Wood. Probier mal jetzt ein Campfire zu machen. Campfire, ein Stück. Oh, ich hab sogar schon eins. Ah, da ist es. Nee, da, da, da. Äh. Sollen wir das mal hinbacken? Hier an den Tisch. Ah, schön. Und, kühlt sich die Leiste da auf? Ja. Ja. Cool. Ja. Dadurch wird man wieder gewärmt. Das ist natürlich gut. Der Tag bricht, nee, der Tag bricht noch nicht an. Das dauert ja ewig. Oh. Okay. Äh, wir brauchen, also wir brauchen als erstes unbedingt so ein Crafting Table. Das heißt, äh, oh. Müssen wir mal ganz kurz, da draußen sind wieder Monster am Start. Ich werde mal ganz kurz, äh, gucken gehen, ob ich doch ein bisschen Holz zusammenkriege in der Nacht. Wooden Crafting. Ja, ich kann ja, ich kann ja Wooden Planks machen. Warte, dann mach ich. Geil. Ja, dann, dann gib mir auch ein bisschen Holz, dann kriege ich auch die Quest abgeschlossen. Gibst du mir ein bisschen Holz ab? Ja. Also ein Crafting Table reicht, aber ich mach trotzdem ein, damit ich... Juhu. Juhu. So. Äh. Stell den aber nicht einfach hier und die... Guck mal, wir haben unten genug Platz. Kannst du dann gleich unten entstehen. Genau. Juhu, 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 juhu. Genau ein bisschen. Habe ich alles gegeben? Hast du mir alles gegeben? Müsst du irgendwie 60 Stück haben. Äh. Ich hab, ja, ich hab 60 Holz. Ja, egal. Den Rest geb ich dir einfach zurück, ist ja eh alles Gemeinschaftssache. Äh, dann kann ich nämlich auch... Ich hab ein Crafting Table. Dann kann ich mir nämlich auch ein Campfire einmal machen und ein, äh, Crafting Table, natürlich. Ähm. Wo ist das denn? Wooden Crafting Table. Achso, da brauch ich noch ein bisschen mehr Dingens für. Von den Wood Planks oder was? Was wird denn dafür benötigt? Hä? Was macht man für den Wood... Achso, Wood Planks. Ja, okay. Ja, da muss ich mir... Ja, da muss erst mal die Holz... Die Robenmaterialien da abwendern. Alles klar, jetzt steht es auch da, dass ich es machen kann. Zack, gemacht. Und da ist... Dings. By now you're likely beginning to feel hungry. Foot can be found in a variety of places, but in a pinch hunting is your best option. Okay, das heißt, man kann... Äh, handen gehen. So, stell das doch mal... Stell das mal hier unten, hör mal, hier ist doch Platz. Kannst du eigentlich auch sehen, wo ich hier meine Maus hab? Nee. Mit dem Table, ah. Nee, aber du kannst sie jetzt quasi hier hinstellen. Hier, unter das Poster irgendwie so einfach. Genau. Guck mal, jetzt können wir das... Ja, du warst auch mal. Jetzt können wir uns da dran stellen. Was gibt's denn jetzt alles zum Craften? Das müsste ja jetzt mehr sein. Oh, ja. Oh, alter. Äh, Woodplankform, Woodplanks, Huntingbow, Bandage, Yellow Bride... Ah, da. Ich will nämlich eine Axt. Ich will Stein abbauen. Huntingbow. Stone Pickaxe gibt es. Gibt auch noch... Da braucht man Cobblestone und Woodplanks. Dann gibt's eine Hohe. Dann gibt's, äh... Ein Stone Furnace gibt es. Also so ein... So ein... So ein... So ein Ofen. Okay. Moment. Was ich eben aber gerade noch machen wollte, ist, wenn man hier am Kämpfer steht... Genau, man kann nämlich kochen, sehe ich nämlich gerade. Ich hab ein Stück Fleisch, das packe ich jetzt dann mal da rein. Zack. Ich hab gekochtes Fleisch. Oh, ein Re... Ach nee, ist kein Hase. Ich hab schon gedacht, das ist ein Hase. Ja, und ich hab wieder einen Reward bekommen und die nächste Quest. Jetzt sollen wir einen Ofen bauen. Stone Furnace. Das heißt, als nächstes müssen wir Cobblestone suchen. Ah, ich hab ja ihn geschlossen. Wie immer. Äh, als nächstes sollten wir einen, äh, sollten wir Cobblestone machen. Davon hängt nämlich auch ab, ob wir eine Axt oder sowas bekommen, denke ich mal. Oder also... Was hast du nur gekocht? Äh, ein Stück Fleisch. Das hab ich eben von dem Monster abgenommen. Hm. Okay, Plant Fiber kann man... Ich glaub, ein Feld können wir erst machen, wenn wir diese Hohe haben. Also diese, ne? Wie bei Minecraft, äh... Ah. Weißt, was ich meine? Ja, das können wir erst dann machen. Dafür brauchen wir auch wieder Stein und, äh... Dingens. So, Monster. Geh nochmal sterben, bitte. Ich muss mir jetzt grad mal ein bisschen Stein abbauen hier unten. So. Mach ich uns mal hier so ein Campfire hin, damit wir auch nicht verfrieren oder so. Äh, warte, welche ist jetzt zum Abbauen? Das ist zum Abbauen. Na, jetzt hab ich verstanden. Kann ich hier nicht hinsetzen, oder was? Warum kann ich das hier nicht hinsetzen? Wegen den Blumen? Warte, ich mach's nochmal weg. Ja, da nicht hin. Da kommt was! Wow! Alter, das ist das bei uns nicht viel. Alter, ich bin down. Alter, das ist ja stark, ey. Krass. Ich denke aber, man kann sich dann auch noch bessere Schwerter und sowas machen. Dann hat es sein. Ja, muss. Sonst ist man ja voll am Arsch. Ja, ich denke mal, das wird noch nicht mal die stärkste Gegendklasse. Weil, man muss ja dazu sagen, wir sind hier quasi... Das ist ja der erste Planet auch erstmal. Oh Gott, jetzt bin ich ganz schön weit weg. Obwohl so weit war es nicht bis zu dem Haus. Ja, komm mal, komm mal zum Haus, ja, komm mal zum Haus. Der passt schon. Okay. Hast du das Monster getötet? Fast. Das ist nicht da. Na dann. Dann fang ich mal an, hier Cobblestone abzubauen. Ach, die sind lieb? Achso, ich hab gedacht, die wollten angreifen. Ne. So, erstmal Cobblestone hier. Geht das schneller, wenn wir beide auf einer Stelle machen? Das weiß ich nicht. Kannst ja mal mitmachen. Warte, ich muss erstmal mal auswählen. So. Ja, ich hab auf jeden Fall Cobblestone bekommen. Okay, das ist schon mal richtig, also. Das andere war Erde. Ist klar. Oh, das hat mir gefallen. So. Ich denke mal, das sollte vielleicht schon genügen hier. Weil das noch recht wenig ist, aber ich gucke mal grad nach, ob man da sich schon was draus machen kann. Cobblestone Bricks. Okay. Kann man denn Jahre jetzt daraus jetzt schon ein Stone Furnace machen? Stone Furnace. Wie viel braucht man jetzt? 25. Okay, und ich hab 10 gerade mal bei der Stelle. Ich hab 3. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Dann machen wir ja grad die Taschenlampe an. Ich denke mal, da unten kann man auch recht viel abgreifen. Vielleicht in der ersten Höhle, wo wir waren. Das mit der Taschenlampe finde ich übrigens auch ganz cool gemacht, wie das Licht hier so durchläuft. Hier unten ist ganz viel Stein, ganz viel Stein. Perfekt. Jetzt hab ich diesen einen Stein angefangen abzuhauen, den brauche ich jetzt auch zu Ende. So. Ja, ja. Hast dir Zeit. Ich gehe der Wald schon mal hier unten und baue hier ein bisschen was Stein ab. So. Da hatten wir ja echt Glück, ey. Wir haben ein Schwein gehabt mit dem ganzen, äh, mit der Kiste. Da war auch schon ein Blueprint drin. Ich denke mal, dann kann man aus dem Blueprint, kann man dann wieder was anderes bauen oder sowas. Schätze ich mal. Scheinbar so zu sein. Ja, da war sowas wie Double Jump oder sowas war da drin. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Ob man das irgendwie auf den Anzug draufpacken muss oder... So, müssen wir mal schauen. Also es gibt ja das Spiel, äh, wie komplex das jetzt ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall hat es natürlich so Ähnlichkeiten zu, äh, Terraria, Minecraft und sonst irgendwas. Der Kniff allerdings, und das interessiert mich halt besonders, ist dieses so, dass man auf unterschiedlichen Welten unterwegs ist, ne? Und, ähm, dass man, äh, im Prinzip dadurch... Wenn wir zusammenhacken, geht das schneller, ja. Ja, stimmt. Äh, hier, du kannst auch den Hintergrund abhauen übrigens, wusstest du das? Man kann mit Rechtsklick, kann man den Hintergrund abbauen. Lol. Das ist nämlich extrem cool, find ich. Das ist aber nur eine 2D-Welt, wie kommen wir denn dahinter? Ja, ich denke mal... Oder was ist dahinter? Ich denke mal, das wird dann einfach so, weißt du, guck mal, dahinter ist wahrscheinlich jetzt der Himmel. Fallen wir da rein, wenn wir das jetzt komplett aufmachen? Ich meine, das ist ja ein Planet, weißt du, wir haben jetzt einfach ein Loch an den Planet gefräst. Ähm... Und ich denke mal, wir werden uns, wenn wir irgendwie die ersten hier, äh, hier, sowas wie eine Pickaxe und sowas haben, machen wir uns mal auf so eine Höhlentour, oder? Und gucken mal, was wir da zu finden. Ich denke mal, sowas wird auch interessant sein hier. Das ist ja durchaus auch wieder mit Minecraft zu vergleichen, da muss ich jetzt, muss ich mich auch entschuldigen, dass ich das wahrscheinlich jetzt öfter sage, aber das Minecraft ist so das einzige Spiel, was ich in dem Bereich so gespielt habe. Und, äh, da muss man ja nun mal auch unter der Erde kraxeln. Und, äh, ja, sich den Stuff dann holen. Jetzt hier geht's natürlich um die absoluten Rohschraube. Mir geht dieses Gekrissel da unten ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, gibt's hier irgendwie einen Ausschalt? Ich weiß es nicht. Aber krass, dass es hier überhaupt sowas gibt, wie diese, ähm, wie so eine Basis und sowas, finde ich ja echt nice. Und dass man sowas schon mal beim ersten Mal direkt findet, hammergeil. So, ich denke mal, ich sollte jetzt, wie viel habe ich denn jetzt, warte mal. Jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel ich davon habe, damit ich da jetzt gleich, gleich mal was von basteln kann. Weil ich denke mal, mit der Pickaxe, wenn man sich die gemacht hat, kann man das Zeug dann schneller abbauen. Ich habe jetzt 37, das dürfte doch reichen. Wie viel hast du? Was? Ja, wenn du es jetzt nicht da hinbaust, dann hast du noch genug, glaube ich. Kannst du sehen, dass ich da hinbauen will? Ich sehe den Block, ja. Ich will nicht so einen riesen Viereck, sondern nur so einen ganz kleinen einzelnen Block. Wie krieg ich das denn hin? Ich denke mal, das muss man dann auch wieder einzeln craften. Vielleicht gibt es da so Stufen, wie bei Minecraft oder so. So, mal gucken. Stone Furnace, kann ich mir den jetzt bauen? Gibt's das jetzt schon? Stone Furnace, jawohl, da ist er. Craft. Zack. Ich kann einfach nur was Holz abgeben. Warte mal. Next, we need to get you some armor. Working with metal requires an Anvil, but before we can craft one you need to melt some iron ore. Obtain zweimal iron ore and smelt it in a furnace to obtain an iron bar. Okay, also wir brauchen also, wie heißt das? Wir brauchen also Eisen. Ich mach jetzt mal den Ofen hier hin. So. Da können wir dann wahrscheinlich was schmelzen drin. Ich kann dir jetzt gleich was Holz geben, ja. Moment, ich brauche auch was noch davon. Moment. Ich glaube, man kann doch bestimmt auch eine geringere Menge Holz dann benutzen, oder? Wo ist denn jetzt das Holz? Ach, da. Ach, jetzt habe ich das, wo habe ich das denn jetzt hingepackt? Ach, da. Ah, hier. Warte. Zack, kannst du dir erholen, da. Oben rechts. Das dürfte ein 24 oder so sein. Ja, wie hast denn jetzt die Hälfte das gemacht? Mit der rechten Maustaste kannst du das dann im Inventar, kannst du das dann teilen. Ah, so. Ich glaube, das habe ich da mitgemacht. So. Dann kann ich mir doch jetzt theoretisch auch eine Pickaxe bauen. Oder? Dürft ihr doch auch jetzt, dürft ihr jetzt das Zeug für haben? Wooden Support. Was ist das? Wooden Plank. Okay. Oder was brauche ich denn für so eine Pickaxe? Bleibe Musik wieder. Hä? Wo ist denn jetzt die Pickaxe? Da. Stone Pickaxe. Wood Planks. 13 von 20. Achso, ich muss erst mal wieder Wood Planks machen. Ich bin mal gespannt, inwiefern man, äh, wie weit man die Sachen stacken kann. Da, Stone Pickaxe habe ich. Äh, wie schmelze ich was im Ofen? Hast du schon was zum Schmelzen? Cobble Stone. Vielleicht kann ich da Stone draus machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau das gleiche ist, wie bei Minecraft, dass du das da direkt dann zu Stone machen kannst. Keine Ahnung. Auf den Ofen zugreifen mit E oder nicht. Das weißt du aber nicht. Ja. Ja. So kann ich mir jetzt so eine Stone hole machen. Aber hier fehlt mir jetzt wieder ein bisschen Cobble Stone für. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein...